Große Überraschung im heutigen Tag täglich. Laura moderiert gleich nach dem Intro. April, April. Laura moderiert gar nicht. Die ist nämlich gar nicht da heute wie die Mehrheit der Belegschaft. Hier die BVG streikt nämlich mal wieder und das ist kein April-Scherz. Das ist auf jeden Fall Berlin. Das ist Gigatec. Ich bin Armin und das ist Tag täglich vom 1. April. So, richtig lustige April-Scherz hier gewesen. Habt ihr gute April-Scherze gesehen? Also für euch ein paar Leute sind da. Sebastian ist da, hinter mir ist Marvin da, Uli ist da und natürlich Severin hinter der Kamera. Habt ihr lustige April-Scherze heute gesehen? Nee, ne? Google hat so zwei, drei gemacht, die gingen so. Die Tagesschau hat behauptet, das Stadion in Hamburg würde ab demnächst Tagesschau-Arena heißen. Edeka hat was Lustiges gemacht. Die haben so einen Katalog, also ein Facebook-Posting von einem Prospekt in Jugendsprache. Da war so Apfel vom Ehrenmann gepflückt und so. Das war ja ganz lustig. Aber haben wir einen April-Scherz gemacht? Nee, ne? Nee. Gab Vorschläge, was ich hier hätte für ein Video machen, kann ich keine Lust drauf gehabt. War gute Vorschläge, da hatte ich trotzdem keine Lust drauf. So, ich hoffe ihr... Was? Naja. Ich hoffe ihr wurdet heute noch nicht allzu übel in den April geschickt. Wir fangen mal mit den Tag-Themen an und ich verspreche, es ist kein einziger April-Scherz. Beide sind alles sehr seriöse Themen. Also das letzte ist lustig, aber auch offensichtlich. Da werde ich jetzt nicht tricksen. Wir schauen ins Apple-Restort und zwar ganz kurios. Apple hat seine Ladematte AirPower gecancelt, bevor sie überhaupt auf den Markt gekommen ist. Die hatten sie 2017 angekündigt. Dann gab es schon immer so Gerüchte, ah, das läuft nicht so geil, die kommt vielleicht doch nicht. Und jetzt haben sie offiziell per E-Mail so ganz... Per E-Mail, nee, gibt's nicht. E-Mail an TechCrunch geschrieben und TechCrunch hat dann gesagt, kommt übrigens nicht. Woran lag das? Es gab wohl Probleme in der Produktion, also auch Hitzeentwicklung und Produktionskosten zu hoch. Also es hätte sich als Produkt nicht so richtig gelohnt. Eigentlich irritierend, weil selbst auf den neuen AirPods, glaube ich, auf der Packung war hinten noch so angedeutet, irgendwie so eine Matte. Also muss ganz kurzfristig entschieden worden sein, nee, komm, wir lassen das mal mit der Matte. Schade eigentlich, aber so ist es halt. Apple hatte mal vor Jahren das Credo, wir sprechen nicht über zukünftige Produkte. In dem Fall kann man vielleicht darauf nochmal hinweisen. War vielleicht eine gute Idee, nicht über zukünftige Produkte zu schreiben. Mein lieber Kollege, Sven hat einen kleinen Meinungsartikel dazu geschrieben, den könnt ihr unter giga.de slash Apple nachlesen. Da regt er sich ein bisschen auf, zu Recht, aber ein bisschen heftig auch. Ist ja nur eine Ladematte, nicht so schlimm. So, dann schauen wir ins Android-Restort. Das Huawei P30 Pro ist ja an sich ein tolles Smartphone, geile Kamera auch, das wissen wir. Hat aber, gerade was die Kamera angeht, zwei kleine Mängel. Zum einen kann das Ding keine 4K 60 Frames Aufnahme und zum anderen kann die Frontkamera, hat keinen Autofokus. Und Richard Yu persönlich hat erklärt, warum das jeweils so ist. Und zwar sagt er, dass 4K-Aufnahmen, also das Argument finde ich etwas schwach, würden nur auf großen TV-Geräten zur Geltung kommen, deswegen braucht das keiner. Not so convenient. Ja, nein, not so convenient. Das sinnvollere Argument ist, dass 4K-Aufnahmen natürlich jede Menge Speicherplatz wegnehmen und auf so einem Smartphone, auch wenn das P30 ja glaube ich 128 GB oder sogar noch mehr ab Werk hat, ist das natürlich Mangelware. Das heißt, man nimmt jetzt so ein paar 4K-Videos auf und schon alles belegt. Oder, Severin, 4K-Video wird schon mal schnell ein paar Gigabyte groß. Naja, deswegen, das kann ich noch gelten lassen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht sogar unbedarftere Nutzer gar nicht checken, dass sie da auf 4K eingestellt werden, nehmen die da auf und dann ständig das Handy voll. Insofern ist Full HD vielleicht dann wirklich ausreichend, zumal für so ein Urlaubsvideo. Also, klar, wann muss man ernsthaft ein 4K-Video aufnehmen? Also, A, wenn man natürlich ein Abspielgerät dafür hat, das P30 selber hat ja nur ein Full HD-Plus-Screen, glaube ich. Oder wenn man jetzt wirklich sowas Spektakuläres aufnimmt, dass man sagt, das muss man eigentlich in 4K gesehen haben. Zudem fehlen dann... Wenn man es noch nachbearbeitet. Oder wenn man es nachbearbeitet. Ja, aber wie viele Smartphone-Nutzer machen das? Das ist ja auch wieder eine sehr kleine Nutzergruppe, die das dann wirklich braucht. Ähm, und der fehlende Autofokus in der Frontkamera, den erklärt er damit, dass er sagt, mit der Frontkamera fotografiert man ja meistens aus einem sehr ähnlichen Abstand. Da braucht es eigentlich keinen Autofokus. Kann ich auch gelten lassen. Selfie ist halt Selfie, ne? Was willst du da groß autofokussieren? Ähm, geht ja auch so. Ich habe jetzt noch nie bei der Frontkamera mit einem Selfie festgestellt, scheiße, falscher Fokus gewesen. Also, eigentlich ist das schon okay. Wen das stört, der findet natürlich andere Geräte, die so etwas haben. Aber schreibt uns doch gerne in die Kommentare, ob euch das nervt, dass das P30 weder Autofokus... Severin probiert gerade, sich unscharf zu fotografieren. Ah, mit mir im Hintergrund. Sehr schön. Posten wir gleich auf Instagram das Bild. Ja, toll. Live-Selfie aus dem Taktik-Dreh. Und Sebastian, habe ich mich schon amüsiert, hat hier einen Kühlschrank als Telefon. Nämlich das iPhone XR mit einem wasserdichten Rahmen. Ist so groß wie mein Wohnzimmer. Ähm, das Richard Hughes Aussagen zum Huawei P30 könnt ihr unter giga.de slash Android nachlesen. Dann, ähm, will unsere Justizministerin Katharina Barley diesen zwei Jahresverträgen einen Riegel vorschieben. Also ihr kennt das, Fitnessstudio oder eben auch Handyverträge, meistens 24 Monate und dann auch noch mit automatischer Verlängerung um ein Jahr. Und Frau Barley sagt, das ist User-Consumer unfreundlich. Das geht so nicht. Müssen wir abschaffen. Und fordert jetzt Laufzeiten A von höchstens einem Jahr und automatische Verlängerung, also wenn man hier dieses vergisst, einen Monat vorher zu kündigen, maximal eine Verlängerung um drei Monate. Nicht gleich um ein ganzes Jahr. Finde ich erstmal gut. Und findet ihr bestimmt aus Nutzerperspektive auch gut. Und es gibt allerdings auch Kritik und zwar von der FDP. Die fürchtet nämlich, dass aufgrund der dadurch schlechteren Planbarkeit für die Verkäufer, also die Fitnessstudios und die Provider, sie eventuell die Preise erhöhen müssen. Weil sie dann sagen, ja gut, jetzt wissen wir nicht mehr, was in zwei Jahren ist. Dann müssen wir jetzt schon die ganze Kohle einnehmen. Kann passieren. Aber erstmal finde ich das einen guten Schritt. Diese Zwei-Jahres-Verträge ist ja auch wirklich nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Also so schnell, wie sich heute die Tarife auch ändern. Wir haben ja auf Giga auch immer regelmäßig hier beste Tarifartikel. So schnell, wie die sich ändern, ist eigentlich eine Bindung über zwei Jahre an einen Smartphone-Vertrag nicht mehr zeitgemäß. Und ähnliches würde ich auch für Fitnessstudio sagen. So schnell, wie ich fit werde, brauche ich eigentlich keine 24 Monate mehr. Das unter giga.de slash tech. Dann gibt es ab heute bei Aldi einen Saugroboter für unter 100 Euro, nämlich 99,99 Euro. Das ist ein ziemlich günstiger Preis und auch für dieses Modell. Es handelt sich um das Medion MD 18500. Ist das Bestpreis. Sogar selbst bei Medion selbst kostet der, glaube ich, 150 Euro. Wir haben mal geguckt, was kann der eigentlich und ist das geil? Also zum einen für 99,99 Euro, wenn man unbedingt Saugroboter haben möchte, kann man das schon machen. Man muss sich zweier Dinge gewahr sein. Zum einen ist das Einsteigerklasse, weil es gibt natürlich Saugroboter, die kosten das Fünffache oder noch mehr davon. Und das hat einen Grund. Und zum anderen ist es grundsätzlich mit diesen Saugrobotern so. Und deswegen habe ich auch noch keinen, weil alles ist smart bei mir. Nur Staubsaugen tue ich noch von Hand. So ein Saugroboter hat natürlich nicht die gleiche Saugleistung wie ein richtiger Staubsauger. Liegt auch einfach an der Größe, an der Kompaktheit des Gerätes. Das heißt, wenn bei euch es wirklich nur staubt und ihr so einen Glattboden ab und zu mal sauber machen wollt, Sebastian sagt gleich was dazu, dann reicht das. Wenn ihr aber Tiere habt, die Haare verlieren oder irgendwie der Teppich regelmäßig richtig dreckig ist, dann solltet ihr ergänzend dazu auf jeden Fall noch einen richtigen Staubsauger haben. Sebastian? Ich würde sagen, nur wenn man ein Tier hat, dann den nehmen. Ach so. Zum Katze rumfahren ist auch okay. Katze rumfahren. Auch zum Haare aufsammeln? Nee. Nee. Also Sebastian geht sogar noch weiter und sagt, das bringt eigentlich nur was, wenn ihr ein Haustier habt, das auf dem Ding durch die Gegend fahren will. Putzen oder reinigen tut das nicht so richtig. Weil dann sammeln sich ja die Haare konzentriert auf den Saugroboter. Das stimmt. Wenn die Katze natürlich den ganzen Tag auf dem Roboter sitzt, sind die Haare auch nur da. Und dann kann man den Saugroboter absaugen mit dem richtigen. Mit dem Handstaubsauger reicht dann eigentlich auch. Gut. Ihr könnt euch das nochmal unter giga.de slash tech anschauen. Und dann, und jetzt wird es nochmal kurios zum Abschluss, gibt es gerade eine App im Play Store umsonst, die sonst, Achtung, 309,99 Euro kostet. Die gibt es noch umsonst bis zum 4. April, glaube ich. Ich muss gerade nochmal gucken, was hier stand. Kostenlos. Aktion bis zum 4. April. Wenn ihr sie dann jetzt kostenlos runtergeladen habt, dann bleibt sie in eurem Account. Und dann könnt ihr sie auch danach, also ihr müsst sie noch nicht mehr installieren, könnt ihr danach immer wieder kostenlos. Also ich habe sie quasi gekauft für 0 Euro. So, und jetzt stellt sich die Frage, warum kostet die denn aber sonst 309,99 Euro? Und die Antwort ist, das scheint ein reiner Marketing-Scherz zu sein. Und zwar heißt die App, Achtung, Most Expensive Ball Game. Und es ist letztlich irgendwie so ein Ball-Shooter-Spiel, das nicht besonders geil ist. Und das nur so heißt, nee, das so teuer ist, damit der Name Most Expensive Ball Game gerechtfertigt ist. Ganz komisch. Hat auch nur 3,6 Sterne im Play Store. Aber wenn ihr sagt, ich will die jetzt einfach mal haben, weil dann kann ich später angeben und sagen, hier, guck mal, Play Store, 310 Euro. So, ich habe die, weil dann sieht man ja nachträglich nicht mehr, ob ihr dafür Geld bezahlt habt. Dann könnt ihr das natürlich mal machen. Link dazu gibt es unter giga.de slash Android. Das waren die Tech-Themen des heutigen Tages. Und achso, ich habe heute Brille auf übrigens, muss ich jetzt mal kommentieren. Und zwar, im letzten Tech-Thema, ich erinnert ihr euch, hatten wir über Brille, über Brillen, weil Huawei hier so eine sehr runtergedampfte Smart-Brille vorgestellt hat. Und wir dann Witze gemacht haben über große Brillen, so Hipster-Brillen, wo nur die groß sind und nur Glas drin ist. Und Frank meinte dann, ich würde ja auch manchmal Brille tragen, ich soll die doch mal aufsetzen. Habe ich jetzt heute mal gemacht, komme ich sehr intellektuell heute rüber. So, und jetzt schauen wir in die Zuschauer-Kommentare. Und zwar hatte ich da postuliert, dass wir im letzten Tech-Thema, am Donnerstag, das Thema WhatsApp nur reingenommen haben, weil es geil klickt. Und bestätigt hat das unser Zuschauer Random Skills, Random Skills, ach jetzt verstehe ich, Random Skills, WhatsApp-Darkmode gelesen und direkt auf das Video geklickt. Danke für diese Information und den Tech-Thema-Armin. Und allen anderen habe übrigens eine 200k-Leitung, bei der oft nur 100k durchkommen. Und in meinem Zimmer bis zu 30 Mbit pro Sekunde. Wurde bei meinen Eltern. Du bist aber gut ausgestattet. Das ist nämlich die nächste Frage. Ich hatte ja gefragt, weil es ging um Google Stevia, Stevia ist der Zuckerersatz. Stevia, wie gut die Bandbreite eigentlich bei euch so zu Hause ist, ob das überhaupt funktionieren würde bei der Mehrheit der täglichen Zuschauer. Und ja, wenn wir uns die täglichen Zuschauer anschauen, dann scheint das ganz gut auszusehen. Hier, der Dieter schreibt auch, Hamburg 400 Mbit und wieder Single. Genau, das war nämlich die Frage, ob er alleine wohnt. Sorry dafür oder Glückwunsch, je nachdem. Auf jeden Fall 400 Mbit, geil. Da wirst du auch als Single im Internet genug zu tun finden, denke ich. Ähm, und, ähm, also das heißt jetzt, zumindest bei den täglichen Zuschauerern, die sich gemeldet haben, ist, würde ich sagen, 90 Prozent genug Bandbreite vorhanden, Stadia richtig geil zu spielen. Jetzt muss man aber natürlich da auch wieder dazu sagen, ihr seid ja nun alle recht tech-affin, die ihr diesen Kanal und diese Sendung guckt. Die Leitung ist so gut, dass ihr den Tag täglich überhaupt gucken könnt. Äh, das ist natürlich nicht bei, äh, bei allen gegeben. Also, bleibt mal abzuwarten, wie das mit dem Game-Streaming so weitergeht. Dann hatte ich im letzten Tag täglich auch postuliert, dass wir immer nur weniger als zehn Daumen runter haben. Prompt habt ihr mir gezeigt, dass das nicht stimmt. Wir haben diesmal 32 Daumen runter, dafür aber 332 Daumen hoch. Ich glaube, alle haben Daumen hoch geklickt und die 32 davon haben noch Daumen runter geklickt. Deswegen 300 und 332. Nee, das macht mathematisch keinen Sinn, aber fand ich ein bisschen, äh, bisschen auffällig. Ui, jetzt habe ich den Tag täglich vom letzten Mal angemacht. Ähm, und einer, der Daumen runter geklickt hat, oder dann doch nicht, weiß ich nicht, Kirby Kirby schreibt, dafür Daumen runter, nicht, dass es zu wenig werden. Smiley, natürlich nicht. Hättest du ruhig machen können. Das halten wir aus. So ein paar Daumen runter halten wir aus. Dann, äh, oh, das kommt zuletzt. Das ist noch nicht so. So, jetzt der vorletzte Kommentar. Ähm, das geht gleich an dich weiter, Sebastian. Und zwar David Merseburger fragt, ich habe mal eine Frage, kann, man kann doch über, ne, man kann doch vom iPad über Airplay zum Fernseher streamen. So, jetzt weiß ich, wie es bei Chromecast ist, ich weiß nicht, wie es bei Airplay ist. Ist ein 4K YouTube-Video, das er auf dem iPad hat, kommt das dann in HD oder in 4K an? Also zieht sich die, ähm, äh, der Fernseher, das Video vom iPad oder aus dem Netz? Also, ähm, du brauchst ja eigentlich Apple TV, ne? Genau, Apple, ich glaube, das ist gemeint. Ne, es gibt ja auch Airplay-Fernseher demnächst, aber die gibt es ja noch nicht. Genau, also heute ja noch nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, also er zieht sich nicht aus dem Netz. Okay. Das heißt, es wird wirklich eine direkte Verbindung zwischen iPad. Und dann könnte es natürlich schon sein, wenn auf dem iPad die HD-Version wiedergegeben wird, dass auch nur die HD-Version ankommt. Okay. Sebastian vermutet, dass es so ist. Weil bei Chromecast, bei Google ist es ja anders. Da gibst du sozusagen dem Chromecast nur die URL und sagst, ich will dieses Video jetzt gucken. Und der Chromecast zieht sich das dann selber. Und wenn der 4K kann, zieht er sich natürlich die best aufgelöste Version. Genauso funktioniert das auch mit Smart-TVs. Ja. Also er sollte direkt in die YouTube-App gehen, auch auf der TV. Und da kann man ja auch, wenn man auf der Tastatur was eingeben will, dann kommt die ja automatisch auf dem iPad oder iPhone. Das heißt, der kann es auch komfortabel da eintippen. Also, wenn du ein Smart-TV hast, und das hast du ja offensichtlich, wenn du iPad-Videos darüber per Airplay schicken kannst, dann, oder ein Apple-TV, dann am besten immer direkt die YouTube-App auf dem TV oder auf dem Apple-TV benutzen. Das, dann kommt es auch in 4K an. Wenn du ein 4K-Fernseher hast, natürlich. So, und der letzte Kommentar. Vielfacher Wunsch und heute auch mal wieder geäußert von der Sebastian. Musikwunsch mal bitte mit Google. Wir äußern den Musikwunsch ja zuletzt immer über Amazons Alexa. Ich selber habe ja auch keinen Alexa, sondern Google Home. Deswegen mache ich das ganz gerne. Und zur Erklärung, warum ich dieses Lied... Ich habe am Wochenende einen Artikel gelesen, durch Zufall, über eine Künstlerin aus Los Angeles, die bei jungen Leuten, also so 14, 15, wohl wahnsinnig beliebt ist. Und eigentlich dadurch... Die hat schon 14 Millionen Follower auf Instagram und ist dadurch eigentlich schon gesetzt als das next big thing. Und weil ich ja sehr interessiert, auch im hohen Alter noch daran bin, was machen eigentlich junge Leute, was hören die so, habe ich mir das ganze Album mal angehört und fand das gar nicht so schlecht, fand es aber auch nicht so anders. Ein bisschen Leonard and Ray-mäßig. Macht euch selber ein Bild davon. Okay, Google, spiele I Love You von Billie Eilish. Geht richtig ab hier heute. Geht richtig ab hier.